Aufmachen! Was? Aufmachen? Schnell! Aber warum? Ich bin verfolgt. Sie haben dich entdeckt? Die Schweine. Gibt es Beweis? Ziemlich viel. Ich weiß nichts was zu tun. Sag doch, dass du es nicht gewusst hattest. Schon gut. Sie stauen mich mit all ihren Fragen. Lass mich doch mal in Ruhe. Sie stehen dort die ganze Tage. Dach wir sie ganz nicht bereuen. Wo haben wir nur unser Gedanke? Wir haben es nicht gewusst. Nächstes Mal sollen wir mehr sorgsam sein. Wir haben es nicht gewusst. Wo ist eine Boarding Pass von 9-11? Und das Fotoalbum mit deinem Freund Bin Laden? Und der Wesselschein von Reaktor Fukushima? Und eine Mitschuld aus der Insel Lutaya? Und die Senfgasrechnung für Saddam Hussein? Und agitieren gegen Umweltbewusstsein? Ungeachtet was die Menschen sagen dürfen? Sag, wir haben es nicht gewusst! Wir haben es nicht gewusst. 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 Wir haben es nicht gewusst.